Was ist der BIT-Kurs und was ist der ASK-Kurs? Wenn wir von BIT-Kurs sprechen, können wir auch Geldkurs sagen, wenn wir von ASK-Kurs sprechen, können wir auch Briefkurs sagen. Generell ist es so, beim Handeln mit bestimmten Finanzinstrumenten hat man in der Regel zwei Kurse. Einmal den BIT-Kurs, das ist der tiefere von den beiden, und der ASK-Kurs, das ist der höhere von den beiden. Und es gibt immer diese beiden Möglichkeiten. Der BIT-Kurs gibt dabei immer an, zu welchem Kurs man verkaufen kann. Der ASK-Kurs, zu welchem Kurs man kaufen kann. Es muss eigentlich immer diese beiden Kurse geben, beziehungsweise die müssen auch eine Differenz aufweisen, weil wenn die auf das gleiche Preisniveau fallen würden, dann würde zu diesem Preisniveau direkt gehandelt werden, weil sich ja zwei, beziehungsweise ein Käufer und ein Verkäufer beim gleichen Preis treffen, dann wird die Order direkt abgehandelt und beide Käufer und Verkäufer kriegen die Ausführung. Dann würde wieder diese Lücke entstehen, bis sich wieder zwei treffen, dann würde wieder eine Ausführung geschehen und wieder diese Lücke entstehen. Wir hoffen, diese Information war nützlich für dich. Wenn du noch mehr über das Training erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem kostenlosen Anfängernkurs vorbei. Außerdem kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts Neues mehr zu verpassen. Dann war names Prauchs und Verkäufer und Verkäuferべ. Dann, nutzen wir eine Usainbaum-P tenho bizarrtanisch. Sa een paar bis комна hatırlosen Anfängernkurs